Schönen guten Tag, heute mal ein Videochin ohne Gitarre und zwar werde ich dir fünf Gründe nennen, warum du einfach nicht besser wirst im Gitarre spielen und dafür brauche ich auch gar keine Gitarre, weil hier geht es gar nicht um irgendwelche komischen Übungen, die irgendwie so eine Geheimübung wären, die dich dann auf jeden Fall weiterbringen, weil sowas existiert nicht, denn da kommen wir gleich zu Punkt 1. Ich kenne ja überhaupt nicht deine Ziele und das ist Fehler Nummer 1. Du kennst wahrscheinlich deine eigenen Ziele nicht, beziehungsweise gehst so ein bisschen planlos durch diese Gitarrenwelt und weißt gar nicht genau, was will ich eigentlich lernen und ja mal wirklich in den Fokus setzen. Klar, man will irgendwie im Grunde alles so ein bisschen cool können, aber das funktioniert leider nicht und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Fehler. Also geh mal irgendwie in dich, überleg mal, was will ich eigentlich können und setz dir dann konkrete Ziele. Wenn du sagst, okay, ich will halt einfach schneller spielen können, Shredding oder irgendwie Sweeping oder so, dann mach dir eine Tabelle, wo du Woche für Woche einträgst deine Geschwindigkeit, wie viele Beats pro Minutes, welche Übung du gemacht hast und wie der Fortschritt dort ist. Denn wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt mal Sweeping anfangen, dann guckst du dir drei YouTube-Videos an, machst irgendwie mal eine Woche lang eine Übung, ohne das irgendwie zu tracken und dann merkst du, ja, irgendwie funktioniert es gar nicht. Dann probierst du eine andere Übung für einen Tag und dann merkst du, ja, irgendwie macht das gar keinen Bock, ja. Und das ist ein großer Fehler, dass man sich kein klares Ziel setzt. Sag einfach als Ziel, ich will zum Beispiel Sweeping auf 200 Beats pro Minute 16 haben. Dann kannst du das tracken und siehst quasi direkt deinen Fortschritt, wie weit du kommst, wie schnell du gerade bist, wie lange es noch ungefähr brauchen wird. Und das ist auf jeden Fall Grund Nummer eins. Keine konkreten Ziele haben. Und das geht auch ein bisschen in Punkt zwei mit rein. Und zwar, die Leute bleiben nicht bei einer Sache. Das ist ein ganz großes Problem. Da ist auch das Internet ein bisschen dran schuld. Der Amount, also die Masse an Materialien, die es einfach online zur Verfügung gibt, du kannst irgendwie das lernen. Dann kannst du das machen. Dann guckt man noch das Video und dann macht man noch dieses und jenes. Und das ist so ein bisschen gekoppelt an dieses Zielsetzen, dass man wirklich mal bei einer Sache bleibt, ja. Dass man sagt, okay, ich will jetzt mal einen Jazzstandard lernen, ja. Dann guckt man sich wieder vielleicht drei Videos an, kauft sich vielleicht irgendwie eine Jazzbuchliteratur, ein Realbook oder vielleicht sowas von Jamie Abersold oder so. Und dann probiert man das mal zu spielen, klingt irgendwie nicht so, wie man es dachte, dass es klingen wird. Und dann denkt man so, ja, Mist, macht ja irgendwie auch gar keinen Spaß. Und wie gesagt, der Punkt geht so ein bisschen mit dem ersten einher. Und zwar, dass man sich da auch klare Ziele setzt und dann wirklich bei einer Sache bleibt. Wenn wir jetzt bei diesem Jazzstandard bleiben, dann wäre sozusagen die Idee, überleg mal, was für ein Stilistik willst du spielen? Willst du einen Swing spielen? Willst du so einen Second Line irgendwas spielen? Irgendwie eine Ballade, ein Up-Tempo-Ding, ein Bebop, ein Hardbop, eine Cool-Jazz-Nummer? Also da musst du dir im Klaren sein, was du erstmal üben willst. Und dann, wenn du den Standard ausgewählt hast, dann auf jeden Fall Akkorde auswendig lernen. Dann noch den Head lernen, also die Melodie oder das Thema zu Deutsch. Und dass du dann einfach Schritt für Schritt vorgehst und sagst, ich nehme jetzt einfach mal zwei, drei Monate Zeit und bleib mal bei einem Standard, bei einer Sache wirklich nur. Und geh dort fokussiert rein, üb dort irgendwie dreimal die Woche eine halbe Stunde dran und dann machst du da auch wirklich Fortschritte. Die Leute kommen mit super viel Wissen, aber nichts davon können sie anwenden, weil sie sich nicht lange genug damit beschäftigt haben. Und ich meine, das ist so ein bisschen der Zwiespalt an diesen YouTube-Videos natürlich. Man kann sofort so viele Sachen abrufen und man kann sich die Übung angucken, man kann sich das angucken, man kann sich das theoretische Wissen aneignen. Aber die Leute setzen sich nicht hin und arbeiten mal für ein paar Wochen, ein paar Monate an einer Sache, bis die wirklich internalisiert ist. Das ist eines meiner Lieblingswörter tatsächlich. Also da bleibt nichts hängen. Man guckt sich das Video an, es unterhält einen und dann guckt man sich das nächste Video an. Und das ist enorm schade. Also Punkt zwei ist, bleib konsequent bei einer Sache, bis du die wirklich, wirklich kannst. Punkt Nummer drei ist vielleicht für manche nicht so umsetzbar, wie die anderen Sachen. Und zwar spiele mit anderen Musikern zusammen. Das ist super, super wichtig. Da hast du wirklich die meisten Learnings. Ich meine, es gibt auf YouTube diese ganzen Backing-Tracks und es sind auch richtig gute Sachen dabei. Gut produziert, gut eingespielt. Manche sind sogar richtig mit echten Musikern gespielt und nicht bloß so Midi-Loops und sowas. Macht schon auf jeden Fall Spaß, aber es bringt dich nicht so weiter, nicht so schnell zumindest, als wenn du mit echten Musikern zusammenspielen würdest. Das hat mir im Studium auf jeden Fall super, super viel geholfen. Und war auch eine harte Schule für mich, weil ich habe, glaube ich, drei Jahre Gitarre gespielt, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Also überhaupt nicht lange, aber ich habe halt krass, krass hart reingeübt, dass ich diese Eingangsprüfung schaffe. Beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft, beim zweiten Mal wurde ich dann angenommen. Und deswegen war ich sozusagen der absolut unerfahrenste in diesem Studiengang. Und was noch dazu kam, wir hatten quasi immer eine Kombo in jedem Semester. Und in meinem Studienjahr gab es in dem Jazz-Rock-Pop-Bereich bloß einen Bassisten und mich und ich glaube fünf oder sechs oder vielleicht sogar sieben Popsänger. Wir hatten kein Schlagzeug, wir hatten keine Tasten und so. Und das war halt auch nochmal richtig, richtig krass. Wir hatten einen Schlagzeuger von dem höheren Studienjahr sozusagen, der hat sich bereit erklärt, da mitzuhelfen. Und das war natürlich für mich, der irgendwie kaum mit Leuten zusammengespielt hat, eine insane krasse Erfahrung. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr krass weitergebracht, auch wenn ich da manchmal sehr gelitten habe, um ehrlich zu sein. Aber spiel mit anderen Leuten zusammen, im Idealfall mit Leuten, die sogar besser sind als du. Weil wenn du der schlechteste Musiker im Raum bist, kannst du am meisten lernen. Punkt Nummer vier geht auch so ein bisschen einher mit dem Live-Spielen oder zumindest mit anderen Musikern. Und zwar, dir fehlt das Feedback. Du spielst für dich alleine, dudelst vor dich hin zu Backing-Tracks, vielleicht zu so Tracks, die du auf Büchern gekauft hast oder so, auf CDs oder sowas. Oder spielst mal mit dem Original-Song mit. Aber dir gibt keiner Feedback. Du spielst, macht vielleicht Spaß, manchmal vielleicht auch nicht und du weißt gar nicht genau warum. Und du bist so in deiner eigenen Blase. Du weißt gar nicht, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Also irgendwie macht es mir ja Spaß, aber irgendwie bin ich super unsicher. Und da fehlt halt einfach mal konkretes Feedback. Und das erhältst du natürlich, wenn du mit anderen Musikern zusammenspielst, die sagen dann so, ey, was hast du denn da für eine Jauche gespielt? Der Akkord hat überhaupt nicht gestimmt oder der Solo-Einsatz war falsch. Oder die geben dir auch gutes Feedback und sagen, ey, voll geil gespielt, war super nice, mach das auf jeden Fall weiter so. Und das ist halt auch was, was dich auf jeden Fall weiterbringen würde, wenn du dir Feedback einholst. Schnapp dir mal einen Lehrer. Und das Ding ist, du kannst auch viele verschiedene einfach erstmal ausprobieren. Einfach mal eine Probestunde nehmen. Vielleicht bietet einer die vergünstigt an oder so. Und dass du einfach mal guckst, mit wem komme ich gut klar? Wer geht so ein bisschen auf meine Ziele ein? Macht der sich Gedanken? Fragt der auch so ein bisschen, was will ich eigentlich machen? Oder ist das halt so einer, der sagt, okay, wir machen jetzt hier, schlagen jetzt hier, keine Ahnung, Buch auf, Blues you can use. Oder, weiß ich nicht, diese Berklee-Methode zum Notenlesen lernen, obwohl du das gar nicht willst. Dann ist es immer ein bisschen fragwürdig, ist das der richtige Lehrer für dich? Da immer nochmal einfach so auf sein Gefühl vertrauen. Weil E-Gitarre ist so ein krass persönliches Instrument und vor allem auch noch ein super junges Instrument. Gerade was die Spielweise angeht mit Plektrum und allem anderen ringsrum, Sound, Verstärker. Aber es werden ja immer noch neue Spieltechniken erfunden einfach, heutzutage auch noch. Und das liegt halt einfach daran, weil die E-Gitarre so ein krass junges Instrument ist. Und es gibt halt nicht den methodisch-didaktischen, 100% richtigen Weg, dieses Instrument zu lernen. Und das sieht man auch, wenn man sich einfach mal 10 Top-Gitarristen anguckt, die werden alle anders spielen. Die werden alle eine andere rechte Handhaltung haben. Die werden vielleicht, manch einer spielt vielleicht mehr Legato statt anzuspielen. Manch einer, also da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Und einfach mal zum Beispiel, Eddie Van Halen fällt mir jetzt spontan direkt ein. So seine Tremolo-Picking-Sache, die er dort macht, die sieht ja lehrbuchtechnisch komplett falsch aus. Also da sträumen sich ja quasi die Nackenhaare, wenn ich das sehe. Aber niemand würde ja sagen, dass Eddie Van Halen schlechter Gitarrist ist, ja. Und das ist halt auch so das Ding. Man muss seinen eigenen Weg auch ein bisschen finden. Und es gibt nicht die konkret richtige Sache. Und da fällt mir jetzt ganz spontan auch noch ein sechster Punkt eigentlich ein, der gar nicht geplant war. Aber es gibt viele Leute, die extrem verkopft an die Sache rangehen. Die wollen das absolut perfekt machen und fragen dann 10 Mal nach, nach der Handhaltung. Und ah, ist das richtig, das Plektrum so? Da soll es einen Millimeter rein oder einen Millimeter raus? Und die kommen dann nicht dazu, einfach mal anzufangen zu spielen und zu gucken, was funktioniert denn für sich selber am besten. Ja, und das ist auch enorm wichtig. Einfach mal sich über Sachen Gedanken machen, ist ja richtig. Und das ist auch wichtig und wichtig. Und probier doch Sachen einfach mal aus. Wenn du merkst, okay, irgendwie Plektrum, gefällt mir irgendwie nicht, wie ich es halte. Dann nimmst du es einfach mal anders, spielst mal einen Monat so mit dieser anderen Haltung und guckst mal, was passiert. Ja, das ist halt auch enorm wichtig, selbst zu gucken, was funktioniert für einen selber am besten. Und das ist mir jetzt gerade noch spontan eingefallen. Das sind auf jeden Fall 5, ich meine 6 Punkte. Und ja, wenn du das einfach mal drüber nachdenkst, welche Punkte könnte ich dann irgendwie, ich habe glaube ich einen vergessen. Und zwar, nimm dich mal auf beim Spielen. Und da brauchst du jetzt keine große, kranke Technik haben, sondern stellst dir einfach hier Telefon hin und nimmst dich einfach mal auf. Ja, wie du zu einem Backing-Track spielst, wie du Akkorde spielst, wie du selber was einloobst. Ist egal, einfach das, was du halt spielst, nimmst du mal auf, guckst dir das an und überlegst, hm, ist das cool oder ist das nicht cool? Und am besten guckst du dir das nicht direkt danach an, sondern lässt es einfach mal 2, 3 Wochen liegen, das Video, und dann guckst du es dir an, weil dann hat man quasi nochmal so ein frisches Ohr und auch nochmal einen frischen Kopf, wenn man sich das anschaut. Weil wenn man es sich direkt danach anschaut, dann hat man noch im Kopf so dieses typische, ah ja, das hat nicht geklappt und das Bending war ein bisschen schief und dann bin ich da abgerutscht und dann habe ich da die falsche Lage erwischt und so. Und wenn du das 2, 3 Wochen später anguckst, denkst du darüber gar nicht mehr nach, was alles nicht geklappt hat, sondern du guckst es ja fast mit neutralen Augen und Ohren nochmal an und kannst es viel besser aus einer objektiven Sicht nochmal, ja, betrachten und auch bewerten für dich selber. Ist das cool? Hat mir das gefallen, was ich da gehört habe, was ich da gespielt habe? Und das würde ich dir auf jeden Fall noch wärmstens empfehlen, dass du dich einfach mal selber aufnimmst beim Spielen und genau. Also es geht nicht immer nur darum, irgendwelche krassen Übungen zu spielen oder das und das zu machen, sondern ein bisschen Klarheit für sich selber zu schaffen. Okay, nochmal ganz schnelles Recap. Setz dir Ziele, weil wenn du nicht weißt, warum du es tust, macht es keinen Spaß. Dann zweitens, bleib dabei. Such dir nicht sofort wieder irgendwas Neues, wenn es nicht sofort auf Anhieb klappt. Du musst auf jeden Fall bei einer Sache bleiben, ansonsten kannst du es gleich sein lassen, ja. Dritter Punkt, du spielst nicht mit anderen zusammen. Versuch dir Musiker zu suchen, mit denen du zusammenspielen kannst und das macht halt nicht nur Spaß, sondern du wirst halt auch viel schneller, viel besser. Punkt vier, du hast kein Feedback. Feedback erhältst du entweder, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst und fragst, ey, wie war das? Oder du suchst dir einen Lehrer und wenn du schon einen Lehrer hast und du bist unzufrieden mit dem, such dir einen neuen. Du kannst doch einfach mal ein paar Lehrer verschieden ausprobieren. Das ist ja völlig normal, völlig okay. Punkt fünf, nimm dich einfach mal auf. Per Video, per hier Telefon oder einfach nur Ton, das ist auch okay. Und dann hörst du dir das paar Wochen später nochmal an, weil du dann quasi mit einem frischen Ohr nochmal rangehst und dann kannst du es viel objektiver, kannst du viel objektiver dein eigenes Spiel bewerten. Dann hat man noch den einen Zusatzpunkt. Sei nicht zu perfektionistisch und zerdenk nicht alle Sachen, ja. Geh einfach mal hin, spiel Gitarre und guck, was passiert, ja. Das ist viel wichtiger, weil klar kannst du zwei Stunden darüber nachdenken, wie du das Plektrum hältst, wie du welche Akkorde spielst, aber wenn du es nicht tust, wirst du auch nicht besser, ja. Das sind meine fünf Tipps, ganz ohne Gitarre, ganz ohne irgendwelche verrückten Übungen und ich hoffe, das konnte dir ein bisschen Klarheit verschaffen in deinem Gitarrenleben und mir hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergiss nicht gerne hier zu abonnieren und so weiter. Ich habe auch eine kleine Facebook-Jazz-Gitarrengruppe, die ich gerade aufbaue, also wenn das so ein Thema für dich ist, so Jazz-Gitarre, Fusion-Gitarre, kannst du da gerne mit reinkommen, völlig kostenlos, da tauschen wir uns immer ein bisschen aus und vielleicht sehen wir uns da. Also, tschüssi. Tschüssi.